Moin Moin, hier ist wieder euer Robit für euch. Es ist Freitag, der 6. April. Ja, ihr seht, das Gerüst ist endlich weg und es ist herrlicher Sonnenschein. Da habe ich mir gedacht, fährst du heute mal nach Aachen zum Öcherbend. Das ist das erste Mal da, wo ich, dass ich dahin fahre. Also, wir sehen uns dann gleich in Aachen wieder. Bis gleich, liebe Freunde von RobinTV. Ihr könnt auf jeden Fall jetzt schon mal den Daumen nach oben grünen lassen, denn ich mache mir wirklich sehr viel Arbeit. So, ich bin jetzt von zu Hause raus und jetzt auf dem Weg zur Haltestelle Meckelnich-Mitte. Dort fahre ich mit der Straßenbahn Nr. 12 bis zum Ebertplatz. Dann mit der Linie 16 und 18 zum Hauptbahnhof. Dort muss ich mir ein bisschen Geld abholen, denn die Chemie ist nicht allzu billig. Und, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich in Aachen wieder, wenn es dann heißt Robin auf dem Öcherbend. Ja, ich bin jetzt hier in Aachen im Hauptbahnhof angekommen und jetzt geht es für mich zum Öcherbend. Das erste Mal. Ich freue mich jetzt schon, denn ich weiß, dass es eine sehr gute Beschickung dieses Jahr gibt. Im Jahre 2018. Ja, nachdem ich mich hier in Aachen erstmal zurechtfinden musste, ich bin jetzt erstmal in Aachen, habe ich es dann auch gefunden, den Bandplatz in Aachen. Ja, ich bin erstmal bis zum Pontor gefahren und dann musste ich mich erstmal zurechtfinden. Aber hat alles gut geklappt. Und jetzt viel Spaß mit den Impressionen vom Öcherbend hier in Aachen. Ja, noch ist noch alles ruhig. Hier auf der Kirmes in Aachen geht ja auch erst um 14 Uhr los. Aber ich denke, bei diesem herrlichen Wetter wird ja auch viel los sein. Schauen wir mal. Wir sind jetzt im Bedenkant. Erwartet euch bei uns. Na du, du guckst schon die ganze Zeit so? Hast du schon was im Blick? Wir werden die Gewinne! Das war's für heute. 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 Ciao, ciao, euer Robin.